Die SPD gewinnt im aktuellen Insa-Meinungstrend für BILD leicht an Zustimmung. In der Umfrage kommt die Kanzlerpartei auf 15 Prozent, legt also um 0,5 Prozent zu. Stärkste Kraft bleibt die CDU-CSU mit 30 Prozent. An Platz 2 folgt die AfD mit 20,5 Prozent. Die Grünen stagnieren bei 12,5 Prozent. Das Bündnis Sarah Wagenknecht würde laut Insa-Meinungstrend direkt im ersten Anlauf mit 7,5 Prozent in den Bundestag einziehen. Zwei Parteien würden den Umfragewerten zufolge aus dem Bundestag fliegen. Die Linkspartei steht momentan bei 3,5 Prozent. Auch die FDP fällt unter die 5-Prozent-Hürde, liegt bei 4,5 Prozent.